Zwei kleine Jungen, der eine im zarten Alter von neun Jahren und der andere süße vier Jahre alt, beschließen eines Tages, gemeinsam einen Ausflug zur örtlichen Drogerie zu unternehmen. Inmitten der bunten Regalreihen entdeckt der ältere Junge eine Schachtel Tampons. Zielsicher greift er nach der mysteriösen Schachtel und trägt sie feierlich zur Kasse. Die aufmerksame Kassiererin, von der ungewöhnlichen Wahl des Produkts überrascht, kann ihre Neugier nicht unterdrücken und spricht den Älteren der beiden an. Oh, diese müssen wohl für deine Mama sein, oder? fragte sie mit einem Lächeln. Doch der clevere Junge schüttelt entschieden den Kopf und erwidert selbstbewusst, Nein, nicht für meine Mama. Die Kassiererin, leicht irritiert, versucht es mit einer anderen Vermutung. Na gut, dann sind sie wohl für deine Schwester. Doch der Kleine winkt ab und sagt mit einem Grinsen, Auch nicht für meine Schwester. Die Kassiererin, nun vollständig verwirrt, kann ihre Neugier nicht länger zurückhalten. Oh, nicht für deine Mama und nicht für deine Schwester? Für wen sind sie dann? Der Junge verkündet stolz, sie sind für meinen kleinen Bruder. Die Kassiererin, irritiert und überrascht zugleich, stammelt, Äh, für deinen kleinen Bruder? Der Kleine lacht herzlich und sagt, Ja, denn im Fernsehen sagen sie immer, Wenn man so etwas trägt, kann man schwimmen oder Fahrrad fahren.